so leute was geht ab herzlich willkommen zu einem frei für alle live commentary doppel kill am anfang und erstmal weg ihr habt ihr gesagt ich soll mal mit der pm9 wieder zocken wie damals und ich gehe hier nicht weg bleib hier holen wir den kill und da hinten ist er glaube ich auch irgendwo ich höre jetzt mal meine fmg akimbo raus der kommt da auch gebt euch das einfach mal wir zocken auf der driver connection was soll man da jetzt bitte noch machen ich versuche trotzdem mein bestes zu geben auch wenn wir auf so einer scheiß connection die zocken und ja ich habe fmg 18 akimbo dabei fmg 9 fmg 18 ja okay wenn man die sätze zweit hat dann sind ja im endeffekt 18 okay ich glaube einfach mal wieder nur kompletten bullshit da oben ist er okay nice hinter mir nicht doch und fmg regelt holy shit was geht ab also was kriegst eigentlich nur auf pc hin ich habe keinen plan wo der andere jetzt ist erstmal fmg nachgeladen okay also normalerweise hat die waffe so einen heftigen recoil oh man und dann schauen die die ganzen killstreaks auch noch raus ist nicht so nice ich glaube da hockt er in der ecke ich werfe mal ne stun hin ja sag ich doch da hockt in der ecke mein wallet hat es mir verraten alles klar alter was ist das für eine lag lobby gut dass ich da weg gegangen wäre sonst wäre ich sowas von gestorben ähm ich gehe außen lang da kommt einer da sind zwei sogar es ist durch die nade gestorben ist durch die nade gestorben holy shit das war sowas von einem nade shot nevermind die machen uns fertig fuck der erste hat ja 1100 punkte ich bin da reingejoint ich muss dich echt beeilen und das in einer lag lobby holy shit er hat schon wieder in der ecke ich hab's gehört weil die predator zugemacht hat also diesen laptop und dann kommt immer so ein klick und dann kannst du die vollorten okay den habe ich an des toten oh mein gott in der ecke bleiben nein ich darf nicht in der ecke bleiben ich brauche die kills da hinten einfach eine ecke scheiße 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 ich brauche noch sechs kills oder sowas okay ich muss sich beeilen die sind da hinten alle ich schaff's nicht mehr er ist hier in der ecke okay fmg 18 jetzt oder auch nicht wo ist der wo ist der scheiße ich brauche noch sechs kills oder sowas da ist der okay der erste braucht nur noch fünf kids oh mein gott oh mein gott oh mein gott nein okay alles safe alles safe alles safe grüße an alessandro man holy fucking shit wie spannend ist das match jetzt gerade oh mein gott vier kills noch vier kids zum mob okay zwei kids zwei nee drei alter ich kann doch nicht mal mathe alter lernt man in der ersten klasse feder ähm den lasse ich einfach ich glaube der ist hier vorne da ist er okay jetzt noch zwei kills da hinten ist er das bond da okay ein kill noch und ich habe keine munition ich habe keine munition oh mein gott nein ich bin ich am anfang gestorben fuck wieviel kids brauche ich noch oh mein gott ich habe keinen plan einfach random sandbags der erste brauche nur noch fuck ich muss ich muss ich muss raus fuck wieviel kids brauche ich noch ja oh mein gott alter oh mein gott was geht ab leute alter auch da für den like button ohne spaß ohne spaß was ist das für eine geile aufnahme wow das war ein richtig geiles frei für alle und das noch live auch wenn ich mit fmg 18 der kimbo gezockt habe aber ohne spaß leute das war es auf jeden fall von mir leute haupt da rein habt noch einen geilen schönen tag und ciao